Sie haben heute beim Borneal Future Lab über die digitale Disruption im Handel gesprochen. Wie wichtig ist ein Umdenken? Ja, gerade weil es die digitale Disruption gibt, sie ist ja real existent, muss der Handel umdenken und auch etwas dem entgegenhalten. Und das ist eben das Stichwort digitale Transformation. Ich sage, eigentlich reicht das nicht. Es muss eine disruptive Transformation sein. Denn der Anspruch muss sein, mindestens gleichwertige Leistungen zu bieten wie die disruptiven. Insofern disruptive Transformation. Und da ist sicherlich die Kaufter-Plattform ein guter Einstieg für den lokalen Handel. Wo liegen denn aktuell die größten Missstände im Handel? Im Handel, muss man sagen, haben wir ganz, ganz viele lokale Händler, die eine digitale Allergie haben. Neulich, Zitat, sagt ein Händler, das ist Teufelswerk. Viele Händler erfüllen nicht mal die Voraussetzungen, ein elektronisches Warenwirtschaftssystem, was es eigentlich schon seit 60 Jahren gibt. Also die Voraussetzungen und auch die Bereitschaft ist nicht da. Aber man kann ja desensibilisieren. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Handel 2022. Wie könnte der Handel denn in fünf Jahren aussehen? Handel 2022 sieht so aus, dass statt gedruckter Prospekte Händler einen großen Teil ihres Werbebudgets für digitale Werbung wie bei Kauf da ausgeben, um auch Kunden anzulocken. Aber auch so, dass die Läden durchdigitalisiert sind. Denn der Kunde möchte nicht, dass die Digitalisierung an der Ladentür aufhört. Der möchte im Laden weitermachen. Insofern wird auch das Thema Digital in Store oder wenn der Kunde nicht im Laden kauft, Store to Web, also zu Hause gekauft, im Laden geguckt, nicht als Beratungsdieb verschrien, sicherlich den Handel 2022 prägen. Wie hilfreich sind denn Events wie das Bonnial Future Lab für die Zukunft des Handels? Das Bonnial Future Lab ist sicherlich sehr, sehr hilfreich, weil hier Meinungsführer sitzen, auch aus dem Handel, die sich mit dem Thema beschäftigen, um zu sehen, in welche Richtung muss man entscheiden, was sind die notwendigen Schritte und da auch die richtigen Maßnahmen einzuleiten, nicht zu abgehoben. Deswegen finde ich auch das Jahr 2022 sehr gut. Es gibt ja Veranstaltungen, die gucken bis 2042. Das ist gar nicht möglich. Was hat Ihnen heute besonders gut gefallen? Mir hat heute alles gut gefallen, muss ich sagen. Also einmal die Diskussion, sehr angerichte Diskussion, sehr anspruchsvolle Fragen, sehr anspruchsvolle Beiträge, insofern eine runde Sache und tolle Location. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020